Ihr neues Bad soll Ihnen Freude machen und das über viele Jahre hinweg. Tag für Tag. Da lohnt es sich, bei der Baadeinrichtung wählerisch zu sein. Mit Waschbecken, Waschtischen und Möbeln von Burgbad treffen Sie immer eine gute Wahl. Made in Germany. Wir fertigen bereits seit 1965 hochwertige Badmöbel. Mit Fiumo kommen Träume von einem erfrischenden Bad rasch in Fluss. Der Name der neuen Sys10-Linie leitet sich von dem italienischen Fiumo, also Fluss, ab und spielt auf die besondere Linienführung der Waschtische an. Bei den Fiumo-Waschtischen und Waschtischunterschränken fließen Form und Funktion elegant ineinander. Die feine Linienstruktur der Plissé-Fronten für den oberen Auszug, die neben glatten Möbelfronten zur Wahl stehen, passen perfekt zur filigranen Geometrie der Mineralbus-Waschtische. Der seidenmatte Glanz der Möbel, ob mit oder ohne Plissé, betont das schlichte und pragmatische Design der Serie. Je nach Waschtischbreite bietet bereits der Waschtischunterschrank jede Menge nützlichen Stauraum und im Handumdrehen mehr Ordnung im Bad. Das flexible Ordnungssystem mit Boxen, Ablagen und Handtuchhalter lässt keine Wünsche offen. Als praktische Ladestation für Ihr Handy oder Ihrer elektrischen Zahnbürste. Der kleinste Fiumo-Waschtisch hat eine Breite von 620 Millimetern und eignet sich hervorragend unter anderem für Gästebäder. Fiumo gibt es in fünf verschiedenen Thermoformfronten. Weiß- und Eisblau-Matt, Grafit Soft-Matt, Eiche-Dekor Kaschmir und Tektona-Dekor Zimt. Hinzu kommen zwei Griffvarianten in Schwarz- oder Weiß-Matt. Alle unsere Möbel führen das Zertifikat für den PEFC-Produktketten-Nachweis. Das heißt, dass das verarbeitete Holz aus naturnah bewirtschafteten Wäldern stammt. Burgbad erzielte außerdem die bestmögliche Klassifizierung beim weltweit ersten Emissionslabel.